Hallo Freunde der guten Laune und des guten Abendprogramms, Geschmacks oder wie auch immer. Ich hoffe ihr habt eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und hiermit öffnen wir das nächste Türchen für euch. Wir spielen heute X-Mess Special, oder wie auch immer das heißt. Ist wohl von Puzzle House das Ganze. Von 2007 ist es ein Free-to-Play-Game. Ja, viel machen kann man hier in dem Spiel jetzt auch nicht. Also es gibt weder Optionen noch sonst irgendwas, halt ein paar Credits. Die Hall of Fame, wo bisher nur Puzzle House auch drinsteht. Ja, da würde ich eigentlich auch schon fast behaupten wollen. Starten wir mal rein in das Spiel und gucken es uns mal an. Okay, also wir sind hier so ein lustiger kleiner Weihnachtsmann. What the fuck? Also der bewegt sich schon mal relativ schnell. Wir müssen hier wohl alle Weihnachtsgeschenke, Weihnachtsdekoration und ähnliches einsammeln. Oh, klasse Steuerung. So, oh, scheiße. Versuchen wir es gleich nochmal. Also die Steuerung ist klasse. Geht nur mit den Pfeiltasten. Kann man hier springen oder so? Oh, mit Steuerung kann man auch springen, tatsächlich. Oh, er geht aber ab, der Mann. Ähm, der alte Mann kann doch noch tüchtig springen. Äh, guck mal, ob wir hier auch kommen. Ja, hier kommen wir auch. Bringt uns noch nicht viel. Geh mal hier. Ah, scheiße. Nein. Oh, hier ist ein Stern. Siehst du? Aber ja, das war beabsichtigt. So, ah, klasse Musik. Springen wir mal da. Nein, springen wir nicht rüber. Es war auch beabsichtigt. Kann er noch was anderes? Oh, ich kann Schneebälle schießen. Das ist ja auch klasse. Oh, 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 oh. Nein, nicht runter. Oh, kann der hier komplett hochsch... Was? Wie geht das? Der kann, wenn du hochklettern, der Mann. Äh, es ist halt der Weihnachtsmann, der kann halt alles. Bah. So, holen wir es mal hier. Ah, gehen wir mal da rüber. Ihr habt noch keine Ahnung, wie das Spiel hier abläuft, wie viele Levels es gibt, ob es überhaupt Level gibt, ob das das einzige Level ist. Äh, die Spiele waren jetzt nicht sonderlich groß, ne? Ah, da unten geht es dann später noch rein, wie es aussieht. Ah, coole Musik. Ah, das gefällt mir. Äh, der kann voll weit springen. Der ist halt der Super-Main-Artsmann. Der hat auch noch einen Stern, wie ich gesehen habe. Wuhu! Was passiert, wenn ich hier mal so einen Schneemann attackiere? Bonscht. Oder wie? Ah, doch! Ich kann euch alle... Nein! 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 Kacke! Ah, die kann ich töten. Also, naja. Das ist, als ob man Menschen mit Mensch bewirft oder so. Ich weiß es nicht. Bam! Bam, 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 bam! Götling! So, hier war doch vor uns noch irgendwo was... irgendwo drunter? Ah ja, das war das. So, jetzt haben wir uns fehlt auch noch ein Geschenk. Warte, hinten. Was ist hier noch? Ha! Did it! Did it, my friend! Ach, da hinten war doch vor uns noch irgendwie so was Tor-ähnliches. Ah, ja, ha, ha! Ba, da, ba, ba, da, da! Weiter geht's! Also, es gibt verschiedene Level, wie es aussieht. Baa! Lass mich doch von euch hier nicht, äh, und so. Ich bin nämlich der Super-Weihnachtsmann. Verstehst du? Komm runter, komm schon, komm schon. Mist. So. So, kann man die auch abknallen? Jawoll! Gibt alles Punkte. Punkte sind gut. Punkte sind... Oh! Nicht du! Ich wollte einen Schnürschuh. Ich kann ja wenn... Oh! Oh! Dann fährt die Map zu Ende. Hi 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 Ich war da noch nicht überall Das könnt ihr mir nicht erzählen Aja aber angefangen, scheiße Doof jetzt Aber hier hinten, ah Jetzt haben wir zwar schon mal alle Geschenke Aber uns fehlen noch, ah ok Zuckerstänkchen Ist hier noch nicht so Ah ja, musste noch was sein Das kann's ja jetzt nicht gewesen sein Es fehlen uns ja noch zwei Specials! Hallo meine Freunde! Oh, die Respawn! Ich kann ewig in der Luft bleiben, das ist voll klasse! Ist hinter dem Tor noch was? Nee. Hä? Ja, bin ich denn jetzt total behindert? Sagt nichts! Jetzt ist es, verstehe ich jetzt aber nicht, wo soll denn das Zeug sein? Hä? Ja, ne? Jetzt bin ich fast viel bissl ratlos! Hä? Was? Da töten wir noch ein paar Schneemännern! Ha! Da! Da! Was war denn das für ein Lachsat? Der war ja, der war ja, äh, mehr als Zufall! Nein! Nein! Da kam jetzt die Sau von... Ach, da, Mann, oh! Aber hinten geht's hinten noch? Aha! Aber es ist bloß ins! Wo ist das andere? Wo waren wir denn noch nicht? Sag du mal! Ja! Nein! Jetzt habe ich ganz versagt oder... Ne, in Leben haben wir noch! Aha! Aber es kann doch nicht sein! Wo war ich denn noch nicht drin? Wo war ich denn noch nicht drin? Mal? Mal! 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 Wir gehen nochmal hier rüber. Vielleicht soll ich hier auch mal was überschust ... Noch eine Von der Erinnerung... ... es fehlt ja nur noch eins Húsica Jetzt mein Ernst Hallo Was auch immer du bist Wiicell Kann das in so einen Daumen drin sein? Komm raus aus dir Ja Du Dum 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 Dumm 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 dumm, wir suchen uns grad tot Dumm dumm da, jappappi Gibt's hier einen Geheimeingang vielleicht? Gibt's hier irgendwann auch ne Zeit was abläuft oder so? Was man das haben muss? Also hier läuft ja jetzt zum Toten mal die Musik aus, glaub ich Jape di di ba, ja ba 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 da pe Ich weiß es nie Wollt ja das sein So meines Erachtens nach war ich jetzt überall Komm Weihnacht, kann ich ja natürlich auch nicht durch, solange ich das letzte nicht hab Ich dachte die Geschenke würden bereichen Das ist mein Ernst, vor uns konnte ich euch dann abgeschalten Naja, auf dem Ding ist da auch nix Naja, auf dem Ding ist da auch nix Kann ich mir beinahe nicht vorstellen, das wäre ja voll arschig Brächtest du hier ein Megaskill? Ah, das ist jetzt aber Ihr seid ein paar bösartige Menschen und Spielemacher So, jetzt hier auch nicht runterfallen Das ist ja frech Das ist ja ultra frech Na 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 So aber nicht, so haben wir nicht gewettet, so Weil da geht's Jetzt hab ich wieder zwei Level, das ist schön Kommt hier schon irgendwas angeflogen? Na gut Aber wenn der, wenn der hier hinten schon so rum trollt Ich möchte ihn erstmal weg haben Weil irgendwas wird doch da hinten sein Dann fliegt doch da hinten nicht irgendwas rum Das ist doch total affig Hier ist aber ne Sprut Gehen wir erstmal hier Boah, hier ist viel los Gehen wir erstmal da rüber Zack 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 Ah, den da unten mag ich schon mal nicht Na, wo läuft der denn lang? Na, hier drüben ist mal nix Also können wir den von hier Na, jetzt geht er weg Das war alle klar Kommst du wieder? Oder auch nicht? So So Dann machen wir hier hoch Ich bin nicht der Ultra Ah, 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 ah Ein Stern und eine Zuckerstange Wuhu Wuhu Na, ah, ah, es ist so klasse, dass ich hier Wände hochlaufen kann Also, da könnten sich andere Spielentwickler teilweise bescheiden da abschneiden, ne? Ja, mit dem Wände hochklettern Gibt's nicht unten Ich vertraue euch nie so Ich brauche auch meine Leben noch, ne? Denn die bösen Schneemänner, die ja bekanntlich sowieso böse sind Miep 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 So Noch zwei Specials brauchen wir Gibt's noch euren Vorzuckerstangenli, hä? Ah, da unten ist noch ne Christbaumkugel Ist hier irgendwas? Läuft hier was rum? Ne Aha Gebt mir eure Punkte Und, äh Auch deine Punkte möchte ich haben Und deine, und deine Aha Dann ich spring doch böse Nikolaus Und, äh Ich schmeiße Schneebälle nach Schneemännern Oh, das ist schon ziemlich Ziem Oh, 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 ho, ho, ho Ho, 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 so kam das zustande So, und wie komm ich jetzt hier? Irgendwas fehlt mir ja noch Die werden ja hier unten wieder... Was gibt's hier hinten? Nein! Nein! Das schieß ich so oft! Nein! 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 Muss ich jetzt von ganz vorne anfangen? Nein! Ähm, ja... Betretenes, peinliches Schweigen... Es wird wohl dieses Jahr leider keine Weihnachtsgeschenke geben, denn der Weihnachtsmann ist... ...verschwunden. Denn er ist ja ins Loch gefallen. Also der... Da muss ich jetzt wohl erstmal wieder ein bisschen ausbuddeln. Naja... Ist jetzt schade... Aber was soll man machen? Ha? Es tut mir leid, aber hier... Äh, einfach weil ich's kann, werde ich noch meinen Namen eintragen. Hä? Ich will meinen Namen eintragen. Kann ich jetzt... Ah! Ja! Dei-Chi! Natürlich schon mit Firma 2 an. Äh, wo bin ich? Ach, der... Beste! Also... Was ist ja... Mensch! Ein Zufall! Klasse! Gut, äh... Gut, äh... Das soll's damit auch schon gewesen sein. Wahrheit war so ein kleines, äh... Experiment erklärt, das süße Spiel zwischendurch. Ich denke, damit kann man auch mal mit seinen Freunden oder so... Äh, eigentlich nicht. Was laber ich da? Ich wünsche euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Lasst's euch gut gehen. Esst viele Lebkuchen. Trinkt viel Punsch. Aber Finger weg vom Glühwein. An die Leute, die noch nie 18 sind. Oder 16. Ist es mir egal. Macht was ihr wollt. Hauptsache ihr habt Spaß. Man sieht sich. Ciao, ciao!